Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des wunderbaren A-Teams. Mit dabei habe ich heute Flo! Hi! Malte! Hello! Tyler! Hallo! Und kein Damiano? Ja, leider. Sad, sad. Depressed, sad. Wer hat das Licht ausgemacht? Achso, wir sind wieder in TTT, hi! Ja, genau, wir sind in TTT. Yay! Yay! Oh, ich sehe wieder was. Ja, hau, wir sind in TTT. Ja, mein Spiel möchte heute nicht so, wie ich es möchte. Irgendwie mein... Das Spiel leckt so, es ist ein bisschen rum. Aber naja. So, Kantine hat auf hier. Ich bin jetzt hier die Olga. Ich verkaufe jetzt Essen. Bitte nicht rumschießen in der Kantine, danke! Komm doch nicht durch! So, was wollen Sie haben? Hallo? Nein, nicht in die Küche kommen. Das ist für Personal! Oh, da komme ich durch. Hallo! Wie ist das Baby? Ich werde angeschossen! Die Küchendamme wird angeschossen! Das ist jetzt doof. Ich habe mein Baby verloren! Baby! Wo bist du? Oh, da! Ja! Ach, Malte! Ich weiß nicht, was ich schon wieder gebrochen habe. Sag mal, hört ihr auch mal einen zu? Ich werde angeschossen! Oh, mein Baby! Mein Baby! Blablabla, 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 Blablabla! Du kannst doch nicht nur meine Gefühle verletzten! Oh, ja! Komm mal her! Dann kann ich noch mehr daraus reden! Nee, will ich gar nicht! Steppa, Miki! Komm mit, Baby! Komm, Baby! Wir beide machen uns eine schöne Zeit, Baby! Ah, wer hat das Licht schon wieder ausgemacht? Wie geht es dir Zeit aus? Wir verstecken uns! Wir verstecken uns! Huh? Hallo, Leute! Leute! Oh, ich war schon zackt! Oh, Mann! Mein Spiel leckt so ein bisschen rum, das ist doch nicht kacke! Einen Moment, ich muss mal ganz kurz... Ähm... Was ist so? Mark, danke für deine Formel! Schön, dass du da bist! Hallo, klau mir nicht mein Baby! Einigermaßen! Einiges Licht ausmachen! Äh, ich bleib hier am Fenster, hier ist es ein bisschen ruhiger! Was ist eigentlich hier unten? Wieso komme ich hier nicht hin? Was stört da? Achso, hier ist der Eingang! Oh, ein Weinkeller! Wer läuft hier mit einer... Ich war das nicht! Tyler, haut hier schon wieder mit einer Crowbar! Hallo, Leute! Tyler war innocent! Oh, Mann! Ich hab... Ja! Oh, mein Gott! Ich war... Ich war... Ich wurde... Ich wurde einfach gerade gleich blockt, ey! Wir haben auch nicht weiter... So, was haben wir? Äh, 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 äh... Äh, äh, äh... Äh, ich bin... Versteck mich mal ganz kurz in der Ecke hier... Äh, Optionen... Äh, Wasser! Jetzt hab ich nasse Füße! Ich mag keine nasse Füße! Geht nicht in Wasser? Wo komme ich denn... Ach, hier geht's auch nochmal hoch! Wo komme ich denn hier hin? Oh! Was haben wir? Äh, hier muss ja noch irgendwas Sinnvolles an Waffen liegen! Äh, äh... Äh... Ah! Ah, guck mal einer an! Ah, so... So rollt der Hase! So machen wir Pfeffer draus! Och, nö, Leute! Mach doch das Licht wieder an! Ich versuche hier gerade, das Baby zu drapieren! Auf was war nochmal die Taschenlampe? Ach, da! Wenn ich das wüsste... Nee, F! F! Für Flashlight! Ach, guck mal, ich kann das nicht! Boah, das ist hier gar nichts mehr, Leute! Ich muss mal mal ganz kurz auf und anmachen! So, äh... Ich muss hier durch! Geh mal weg hier! Also... Flo ist hier, äh... Malte ist hier, ich sehe Tyler nicht! Ich bin da für Tyler, ist es! Das sagt auch der Trailer! Guck mal, da geht mir der Donner recht! Fertig! Wer war's jetzt? Tyler, was hat die Mission dahinter? Oh, lol! Oh, hinter was? Tyler stand hier AFK am Türrahmen und hat nichts gemacht! Als Traitor! Ja, ich stand da einfach, ich hab's nicht geobachtet, weil du meintest, du siehst mich nicht! Nö, ich hab' die noch nicht gesehen! Hm... Du hättest mich grad, du hättest dich... Ich hab' grad überhaupt keinen Blick dafür gehabt! Äh... Ne, also stand ich da jetzt die ganze Zeit und da hoffen, dass du mich siehst! Och, nee, 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 nee! Meine Fresse, diese Tür, Alter! Ja... Die Tür hier sind teilweise echt glücklich, wo? Ey! Okay, wo bist du? Ich hab' dich gehört! Ah! Oh, Knabbekisse! Hä? Knabbekisse! War tatsächlich relativ knapp! Das Spiel leckt auch voll rum, das Spiel leckt richtig rum grad bei mir voll! Oh, echt? Bei denen noch? Ja! Bei mir nicht! Wo geht das rum? Äh, weitert, mittel, niedrig, mach' mal alles niedrig hier! Disco-Bomb! Ich bin bei Malte. Ich bin bei Betty. Ich bin bei Betty. Betty als Versuchung zu töten. Das ist so gelogen! Ich hab' jetzt wegen irgendwas Brandschaden bekommen. Ja, ich hab' nur... Ja, weil du deine Disco-Bomb gebrochen hast. Die Disco-Bomb gibt dir keinen Brandschaden, du Vollidiot! Gut! Ich bin tatsächlich gestorben, die Juche ist so unnötig! Hilfe! 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 Äh... Stielen damit! Okay, Gott! Ja, mit der Juche machst du einfach keinen Schaden! Ja doch, wenn du auf den Kopf schießt schon! Ja, aber selbst dann brauchst du noch 25 Schüsse! Okay! 25! Ja! Mindestens! Ja! Mindestens! Mindestens! Ja! Oh, ey! Weih! Wer hat jetzt hier eine Disco-Bomb geschmissen! Entschuldigung wenn... Nicht Fiskodisco Party Party! Hehehe! Fiskodisco Party Party! Es ist dunkel! Ich mag den Dunkel! Es ist dunkel! Ich mag den Dunkel! Es ist dunkel! Ich mag den Dunkel! Ich schief die Felder! Wieso? Warte mal ganz kurz heute, warte mal ganz kurz jetzt hier. Du hast einfach deine Waffe weggeworfen. Das war nicht witzig. Okay. Was laberst du? Weiß ich auch noch nicht. Keiner was? Entweder die MC-Maps oder die Additum. Äh, ja, dann hier. Genau. Dann würde ich das so machen, wenn wir die Aufnahme erstmal beendet haben, dann würde ich erstmal sagen, dass wir uns dann halt dieses Counter-Strike-Soße holen. Aber ich will keine Soße haben. Du willst Soße haben. Nein, aber ich mag keine Soße. Ich hab übelst dicken Tomaten und Gurkensalat gegessen. Ich hab ja immer noch Hunger. Oh Gott. Ich würde so eine Gurke gerade auch spielen anschauen. Warte mal, das klingt falsch. Die längste Praline der Welt. Okay, Malte hat, glaube ich, gehört, was ich gesagt habe. Ich hab gehört, was du gesagt hast. Ich bin dafür, ich bin immer ohne sinnloses, unbegründetes rumtöten. Ja, ehrlich, Betty. Digga, du standest da halb hinter der Tür und hast die Tür anvisiert. Natürlich warst du Traitor. Das ist richtiges Tyler-Traitor-Verhalten. Nein, Betty. Du hast dich jetzt jede Runde einfach getötet. Ohne Grund. Jede Runde. Ja, und wie oft hast du das davor immer gemacht? Na, ich hab auch mal das Recht dazu. Nein, ich hab immer eine Begründung. So gelogen. Ja, wenigstens eine Map, die ein bisschen besser passt. Ja, ein bisschen besser passt. Aber ich bin hier halt voll blöd gelandet oder so. Gespawnt. Gespawnt, ja. Also, wenn du landen willst, müssen wir Fortnite spielen. Hör auf, immer so eine Anteilung zu machen. Du wirst das sowieso nicht spielen. Genau wie bei Valorant wirst du auch so nicht spielen. Ja, das stimmt. Das hast du sehr gut erfasst. Komm, wir können doch auch mal Valorant spielen. Ich hab doch schon lange nicht mehr gespielt. Ich hab Fallschaden bekommen. Irgendwer ist gerade an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, wer. Ja, irgendwer läuft gerade vor mir. Malte. Hallo. Da ist Tyler. Ja, ich bin an mir vorbeigelaufen. Wo ist Flo denn schon wieder? Ja, ich bin halt da beim Waffenraum, wo es überall Waffen ja gibt. Da muss ich ja erstmal hinlaufen. Oh, ich hab' den Steak nicht getroffen. Schade, ich kann die Dings nicht kaputt schießen. Tyler, lebst du noch? Ja. Wieso ist hier raus? Wahrscheinlich, weil da irgendwer ne Bombe hingeworfen hat. Oh, Leute. Vielleicht war das sogar nicht ich, weil ich hab' noch nicht eine gefunden. Ich bin mal Malte. Malte will auf den Turm. Malte ist es. Nein. Bin ich nicht. Ah, Gott, ey. Es läuft einigermaßen. Irgendwer hinten in dem Dörr auf der Brücke. Da ist Betty dahinten. Jetzt kann ich nicht vernünftig wehren. Wo ist Tyler hin? Ich steh' vorm Turm. Du stehst vorm Turm. Wo ist Flo? Ja, ich steh' vorm Turm. Ich bin hier vorne. Hier bin ich hier. Da, hallo. Da, hier. Nicht fallen. Nicht fallen. Wo ist da hier? Na, hier. Ach, da ist er. Warum bist du ein Verwundeter? Bist du auch irgendwo runtergefahren? Hab ich vorhin gesagt. Er hat mir zu. Ja, wer ist es denn nun? Ist doch keiner tot. Nö. Nö. Hat sich noch keiner getraut. Ich glaub' Betty ist es. Ja, die hat halt ja so eine... Ja, wobei Tyler versucht jetzt hier den Turm hochzukommen, glaube ich. Nein, nicht schämen wir noch hier. Ich hab doch... Oh Gott, jetzt bin ich runtergefahren. Oh nein, Malte... Okay, Malte ist das nicht. Wirklich? Ich glaub' nur ist es... Warum denn? Du, weil ich jetzt gelacht habe, dass er tot ist? Maybe. Aber... Tonight... I don't care what's wrong or right. I don't care what's wrong or right. Damit meinte ich, das zu schießen. Okay, gut. Machst du den Piep einmal. Das Problem ist, in dem Spot, in dem ich gerade bin, kannst du aus mehreren Richtungen kommen. Okay. Äh... Mal noch mal ein Piep? Okay. 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 Einfach beides schlecht. Oh Leute, wo hast du mich denn jetzt gerade... No way, als ob du... Nein! Oh, das ist... Das ist assi. Oh. Du bist gerade auf mich raufgesprungen. Mega. Ja. Mega. Ah, wieder so weit weg hier. Okay. So. Ach, hier ist doch schon meine Waffe. Der Schotkorn. Boah, ich komme mit der Schotkorn. Gar nicht klar. Ja, ne. Ne? Du musst halt einen Schuss... Du musst halt einen Schuss auf den Kopf nehmen. Du musst halt sitzen. Ne. Ist da hinten... Betty ist da hinten auf der Brücke. Von wo stalkst du schon wieder? Auf dem Schiff, ja. Auf dem Schiff, ja. Oh mein Gott. Oh, wegen den Legs, Alter. Ah, das ist das, das ist das. Oh nein, ich bitte noch, nein. Oh nein, Flo, Alter. Tschüss. Betty. Ruhig. Ich mach nichts. Einer von euch beiden ist es. Ich mach nichts. Betty ist es. Also, wo ist runtergefahren? Glaube. Stört man jetzt, wenn man da reingeht? Worin? Ins Wasser? Nein. Welches? Nee? Nein. Da guck. Oh Gott, Alter, Betty. Du hüpfst da einfach rein, als wäre nix. Einer von euch beiden ist es. Ja, Alter. Und das Wasser wird geworfen. Ich hab meine... Ach, jetzt. Ah, es liegt mir. Okay, alles klar. Ey, ey. Warum? Warum? Was? Wieso? Also, ich hab Betty getötet, weil sie auf dich geschossen hat. Aber da Betty nicht der Traitor war, hab ich auf dich geschossen, weil du der letzte Überlebende warst. Ich wollte eigentlich Tyler nur einen Warnschuss geben, um zu gucken, ob er sich wehrt, weil hätte er sich gewehrt, dann wäre er nämlich eher Traitor gewesen. Ansonsten ist Tyler nämlich so ein Kandidat, weil er diskutiert drei Jahre rum, warum ich das tue. Nee. Ja. Auch mit Innocent, Alter, wenn ich mich jemand anschieße, dann würde ich jetzt nicht, glaube ich, das ist kein Problem mehr. Aber deswegen hab ich keine erschossen, weil ich gesehen habe, dass die Teile angeschossen haben. Als Innocent schießt man niemanden an. Ja, das machen wir jetzt die ganze Zeit. Das kriegen wir nicht mehr aus den beiden raus. Bei jeder Kameradrehung hab ich einfach... Oh, ekelhaft. Ein Warnschuss, vor allem wenn jeder ein Warnschuss, Alter. Das soll der Kaffee nicht. Da hat dich schon wieder jemanden angeschossen. Betty hat mich angeschossen. Ich mag es, Leute anzuschießen. Das ist eine Krankheit. Du bist krank, Betty. Du bist einfach nur krank. Ein bisschen. Love, sick girl. Und ich mag auch, Leute zu töten. Das ist ein bisschen absand. Betty schießt da schon wieder irgendwo rum. Betty? Ja? Flo? Tyler? Ja, ich bin da. Betty? Hier ist die Blut auf der Brücke. Weil ich Flo angeschossen hab. Angeschossen? Okay, ich hab auch. 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 Ich würd sagen, Betty ist es. Warum? Weil du voll stark verwundet bist. Wahrscheinlich, weil Flo sich noch gewehrt hat. Er gibt Sinn. Vermute ich mal. Er gibt wirklich Sinn, ja. Schlimm ist, man kann die Leiche wie Esis leicht vertrinden. Man muss ihn einfach runterwerfen, den Master. Er hat ja hier noch gelebt, aber glaub ich hier drüben nicht. himf. So, was, ich hab ja diese... ähm, 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 ähm. Ja, wofür willst du uns damit mitteilen? Was? Warum? Wieso? Was? Ja, Betty ist so die Häuser da. Ich weiß nicht, was du meinst. ja ich weiß auch nicht was ich weiß keine ahnung hier ist floh ich hab floh gefunden ja betty ist es mit welcher waffe wurde floh dann erschossen das habe ich jetzt nicht nachgeguckt ich hab bloß geguckt ob er da liegt der lag da das ist ja nicht irgendwo runtergefallen ja genau da genau da oh nein ich hab ein aim wie ein aim board und mein scheiß ding ist leer meine waffe ist leer warte mal betty ja meine auch chain malz hat mich geholfen ich wollte auf monisuche gehen ich finde auch der mapp traiter sein ist eigentlich also ich finde die mapp und traiter sein dann tatsächlich ein bisschen schwierig weil du alles sehr im überblick hast ja das stimmt ja aber weiß ich nicht warum denn wo bist du denn was willst du von mir wer randeliert hier und macht fenster kaputt also ich will nicht sagen ich habe nicht einmal schaden bekommen du hast mich nicht einmal gehittet natürlich bei mir nein ich habe 100% leben du hast mich nicht einmal gehittet bei mir habe ich nicht gehittet wenn die ist unverstörbar ich werde von euch macht ihr schon wieder fenster kaputt ich immer noch es ist aber auch so lauter nach wenn es da kann man nicht kaputt machen wenn die hast du schaden bekommen nein doch sechs schaden und so weiter bin ich blut worden hier vorne du wu halt mein da 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 was seid ihr denn alle danke für den prime sub ey hier schießt mich irgendwer an hallo mein freund hat mir gerade sein prime sub geschenkt ja das ist wow irgendwer hat mich angeschossen ich habe nur eine rifle hallo ich kann mich so nicht wehren der rifle kannst du dich voll gut wehren sonst gib mir die rifle ich habe eine m16 oh ja wo bist du ja das ist ein deal töten wir jetzt Flo oder ja wir töten jetzt ich barge in Tyler oh mein gott das war eklig ey Tyler cockblock mich nicht ich bin doch gleich aus dem Weg gelaufen Flose redest du noch mit uns oder wahrscheinlich nicht der muss ich jetzt hier ja es kann ja auch sein dass Tyler es ist warte nee warte 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 ja du bist rounded ja Betty hat mich geschlagen das ist ein Ding ja ja ich habe Tyler und ich hatten schon wieder ein crowbar fight der war sehr ernst weil ich habe keinen Schaden bekommen und Tyler war fast tot ja aber warte mal wenn Flo nicht mehr lebt kann es ja auch sein dass du meint eventuell das noch spiel warte warte ich glaube dann wärst du jetzt schon ich glaube dann wärst du jetzt schon tot weil ich bin nämlich nicht bei euch ich habe Flo gefunden Flo läuft hier über die Brücke und schießt mich an ja ich sehe nichts perfekt aber ich fand halt ich fand gerade so ein Verdacht voll cool ich bin gerade so ach ja Malte können sich das ausdenken ja ich bin's doch immer ja das stimmt ja gefühlt meistens immer naja Malte zu glauben dass dass du Tyler komm mal her ja lass mich warten ich will was ausprobieren ja Malte hast du gedacht da bleib mal stehen oh Leute nein 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 ich will mir was ausprobieren danach darfst du mich auch einmal hitten können wir das auch mal normal spielen wie viel Schaden hast du bekommen null warte mal wie viel Schaden hast du bekommen 27 hab ich noch hast du noch ja hab ich noch wie viel Schaden hast du bekommen jetzt rein aber auch mal ich hab noch 6 HP ist auch mal vorbei wer ist das wer ist das ach so ok aber dann zieht die dann zieht die doch relativ solide ab 6 HP danke für nix gerne warum habt ihr mich jetzt alle so wenn ja was Mama oh nein oh oh geh weg Tyler den du getötet hast ja ich wollte doch nur was ausprobieren hat der jetzt gerade geschossen Tyler ja guck mal Tyler ist es nee ich bin's nicht Betty war's weil ich dachte so ich hab irgendwie so Tyler im Haus reingehen sehen und ich denk mir so ok wer will Betty noch draußen war deswegen dachte ich dass es Tyler gewesen ist aber es war Betty die alte Schlunze Vogelschlunze ja genau ach ja Betty was war denn das dein Genuss gerade am Anfang ich wollte tatsächlich einfach nur wissen wie viel die Glock Schaden macht weil ich dir einen Kopfschuss damit gebe oh ich hab keine Waffen vielleicht sollte ich noch vielleicht sollte ich ah ich pack fest ja ich pack auch gerade in der Tür nein meine Waffen ach da ist noch einer Leute kann man mal jemand zu helfen ich hier wäre es ich hab keine Ahnung ja wo bist du ich wäre jetzt am Haus also ich bin in der mittleren mittel was ist denn also ich stehe geschützt ich habe Zeit Tyler Tyler warum sagst du schon wieder nichts mehr oh nein Betty was denn nein das bin ich was hab ich jetzt schon wieder gemacht ich weiß es auch nicht was du schon wieder gemacht hast wieso 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 ich hab ich auch nicht verstanden ich hab ich auch nicht hör mir hör mir wie bist denn du wo bist du ach so ähm bist du noch du übrig Flo Tyler ja ich bin noch im Turm im Turm bist du ich bin so ein Tod oder willst du im Tod springen oder was nö davon hier oben kann man so gut runterziehen dann schieß doch mal also stehe hier oben safe unter mir brennt magst du dich nicht vielleicht einfach ins Feuer stellen ne gerade noch nicht hm das war leider die einzige Granate die ich habe aber man kann ja auch nicht mehrere Granaten haben und alles das ist so wie war ich hab bloß nichts gekillt gekriegt ich hatte ein bisschen Probleme beim Ziel ach das ist kein Problem ach ist ja überhaupt nicht schlimm äh ich hatte relativ wenig Leben ja kann passieren ja ich hatte auch nur eine Mech also ich hätte da eh nicht viel reißen können ja du hattest den Highground das ist immer gut ich weiß und Tyler ich hab dir gerne geholfen hm ich bagger an der Leiter ja Betty ich glaub Betty ist es ich glaub auch an welcher denn Betty ich war schon lange nicht mehr eine ganz weit weg von dir na ok dann hält ich mich ich hab wieder das Problem hier dass ich bei der von der nachdem ich rauskomme dass du wo nicht rauskommst ach man warum nehmen wir nirgends für gute Waffen willst du die Shotgun Betty Tür Tür von der Tür wo die Waffen alle sind der mag den Shotguns das hätte ich verblüht ich muss nirgends na super ich mochte die Waffen nicht vielen lieben Dank bis zu sehen wir sehen uns auch beim nächsten Mal wenn es heißt das A-Team ist back on track tschö wollen wir mal Tokyo District ausprobieren ja machen wir